Nun, ich hab ja rausgefunden, dass ich vor Bruce keinerlei Angst zu haben brauche. Äh, 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 ja, mein Verstand weiß, dass, dass, äh, Verbindung ist halt nur nicht so mit den Instinkten und so weiter, ne, also so, äh, ja, es ist, äh, ja. Ja, sagen wir mal, wir haben einen gesunden gegenseitigen Respekt. So, wenn ich jetzt im Wasser lande, krieg ich die Krise. Ich bin ja auf dem Raft gewesen, als ich gespeichert hab. Aber wer weiß. Wer weiß. Auch wenn es keinerlei Konsequenzen hat und der Hai durch mich durchschwimmt, als wäre ich nicht da. Äh, 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 ja, komm, reißen Sie sich mal zusammen, junge Frau. Das bisschen Hai ist ja nicht schlimm. Miep. Du kannst dein Floß mit einem Bauhammer erweitern. Haiköder sind nützlich beim Erkunden von Riffen, um ihn abzulenken. Wenn er denn Interesse an mir hätte. Ja. Ich habe mich auch herausgefunden, wo der Unterschied besteht zwischen Kreativ-Modus und Friedlich. Kreativ ist im Grunde genommen ein ganz anderes Spiel. Weil du einfach nur die komplette Zeit bauen kannst, bis zum Umfall, ohne Ressourcen dafür looten zu müssen. Die hast du schon komplett, so wie bei Minecraft anscheinend. Ist bestimmt interessant für manche Leute, aber so gar nichts dafür zu tun, ist jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, keine Ahnung, zum Testen wahrscheinlich gedacht, ne? So kann ich mir das vielleicht vorstellen, um irgendwelche völlig unmöglichen Bauprojekte hinzukriegen. Ach, wundervoll, ich bin auf dem Schiff. Ach, freut mich. Ist das der Köder? Er ist aber nicht mehr so viel übrig, so wie es aussieht. Heißt das, er hat jetzt doch dran rumgefressen. Ich könnte ja das Zeug looten gehen, ne? Also, so ein bisschen weiter wegschwimmen. Wie gesagt, das geht. Oh Gott, ich will aber nicht. Ich will einfach nicht. So, ich geh da mal jetzt mal hier so ein bisschen gucken, wo ich da vielleicht doch ein bisschen was loote. Da schwimmt er. Ich meine, ist schön, dass er da ist, aber kann der nicht ein bisschen weiter wegschwimmen oder so? Ich meine, muss doch nicht sein. Wenn's doch friedlich ist, Donnerkiesel. Schwimmt er jetzt auch immer die ganze... Nee, er schwimmt, er dreht ab. Also, es interessiert ihn auch nicht, wo ich anscheinend bin. Das ist schon mal viel wert. Weil, wenn ich mich hier gleich umdrehe und er steht sozusagen... Er schwimmt an mir vorbei, kriege ich dann trotzdem ein Herz, Kasper. Gott, Gott, Gott! Fuck! Jetzt mal ohne Scheiß! Als hätte ich's gewusst, verfluchter Dreck. Als... Leck mich am Arsch! Ich hasse dieses Spiel. Gott, das ist nichts für mein Herz. Also, Gott! Der ist fast gestrandet, die Sau! Also jetzt mal ohne Scheiß! Der... Alter! Das ist... Fuh! Fuh! Einfach nur! Fuh! Meine Fresse! Das ist wie ein Zollig Sand. Ah, schön, toll. Sehr... Himmel, Herrgott! Einfach... Unfassbar! Unfassbar! Das... Ich bin überhaupt nicht stinksauer oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt voll... Voll... Voll total normal und... Überhaupt. Damn! Jesus, näher! Gott! Gott! Heiliges Pläschle! Nie, also... Also, nie! Hat er jetzt echt nicht sein müssen. Der kann doch... Der kann doch weiter wegschwimmen, ne? Der interessiert sich doch gar nicht für mich. Warum muss der dann bei mir rumschwimmen? Macht gar keinen Sinn! Nein! Mein Gott, Mann! Achso, ich hab noch schon... Ich hab da noch eine. Schешter... structures... Ich hab da noch nicht. Ich hab... Ich hab da noch etwas... Ich hab da... Jetzt macht der Köder auch Sinn, ne? Der könnte den ablenken, aber dadurch, dass der Köder ihn nicht ablenkt, spukt er dann in meiner Richtung rum. Oh Gott. Er leckt mich doch am Backe, ey. Das hat doch jetzt echt nicht sein müssen. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch total unnötig. Du bist ein mutiger Pionier. Klar. Dein Fluss ist dein Zuhause, dein Haken, dein Freund. Ne, Bruce ist mein Freund. Wenn dein Fluss auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Wenn du einen Eindruck hast, dass das blaue Meer zieht sich unethnisch hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibbut hast. Höre alle Frequenzen des Funkgräts ab, wenn etwas sendet. Ist es über Wasser, ne? Andere waren schon vor dir da. Weitere werden dir folgen. Setze auch du dein Zeichen in der Welt. Die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viele, wie du kannst. Im Himmelswillen lehne dich in acht vorheim. Jo. Gott, nee. Es sind mal die... Die Beeren, die wachsen jetzt aber richtig schnell können das hin. Die rote Beete, meine ich. Ach, nee. Ist noch nicht fertig. Gut. Ich dachte schon. Ich war schon verwundet. Wie gesagt, ich darf ja einfach so hinschwimmen. Das macht ja nichts. Der Hype folgt mir zwar, aber... Wie fühlt sich eigentlich eine Herzattacke an? Ich habe jetzt Seitenstechen. Das wird es wohl nicht sein, ne? Wo ist das, Mistvieh? Brucey? Äh, schwimmt er. Nee, ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Verfluchter Mist. So, habe ich auf der Insel... Ach nee, da ist ja noch ein Baum. Da ist ja noch ein Baum. Upsa. Ist der neu gespawned, oder? Konnte ich den einfach nicht wegmachen? Okay. 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 Einfach mal greifen und dann wieder rausschmeißen von mir aus. So. Gammelt der jetzt hier in der Nähe rum? Nee, er schwimmt da hinten. Irgendwie macht das keinen Sinn. Äh, alles raus damit. Raus damit. Habe ich noch genug Plastik? Kann ich trotzdem meine Angel noch bauen, oder? Nee, Seil brauche ich. Oh, da habe ich noch fünf Seil. Wo war der an der Stingel? Also, er ist doch in meiner Nähe. Gut. Also, gut im Sinne von schlecht. Kann ich mich da fallen lassen, ohne dass mir was passiert? So, dann geht's schon wieder. Kann man dem nicht mal so ein GPS an den Schwanz tackern, oder? Oder so eine Leuchtdiode an der Rückenflosse. Was hat das? Oh, Gott. Oh, Gott. Ah! Ah! So, jetzt haben wir dann hier ein Wurfanker fürs nächste Mal. Stein bräuchte ich. Alles ja witzig, weil Stein habe ich tatsächlich nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal weiter auf große Fahrt. Wo ist denn der Anker? Okay, wir sind wieder in Bewegung. Jetzt führen wir die Brucie wieder weiter Gassi. So, kann ich mich jetzt noch ein bisschen um... ein bisschen Futter. So, wie sieht's aus? Ach, das ist irgend so ein komisches Floß, ne? Jo. Gut. So, gucken wir mal. Was haben wir da noch zum Erforschen? Ja, nee, so nicht. Das war Stein, das war Sand. Oh. Äh, hier? Was ist das denn jetzt hier? Placiere den Gegenstand zum Erforschen in den Slot erforscht. Was ist das? Irgendeine Schale? Farbe? Oh. Oh. Was ist das? Ach, das kann ich alles anklicken. Alles ja cool. Okay. Da brauche ich einen Nägel für. Okay, wie mache ich Nägel? Oh. Kann ich so kommen. Der Vogel ist so schön. Nasser Ziegel, da brauche ich ein bisschen mehr Sand für. Was schmeiß ich denn da jetzt bitte raus? Was? Ach, verdammt. Äh, verdammt. Vielen Dank. 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 So, ich muss mal gucken, dass ich diese komischen Teile da bastel. Und diese... Okay. Okay. Cool, den kann ich ja eigentlich... Äh, woher ich den jetzt hin... Achso, das ist ein Pfeil, das ist ja was ganz Gutes. Okay. Äh... Älter... Wie was auch immer. Anbaufläche... Vogelschlöche. Trophäen, irgendwas... Laterne... Was ist das denn? Bolzen... Okay, ich glaube auf der Insel fahren wir nicht. Okay, ich glaube auf der Insel fahren wir nicht. ... ... ... Da ist mal nicht viel, was es hier auf der Insel gibt, ne? Wie nutzt sich das da an, um zu ankern und extra einen Anker dafür zu verschwenden? Und wie auch das? Wie geht es, dass wir uns hier an, um zu erinneren? Wie geht es, wie es hier in der Hangze? Ich kann mich an, um zu erinneren. Ich kann mich an, um zu erinneren. Ich kann mich jetzt an, um zu erinneren. Das ist ein bisschen ein bisschen. Ich kann mich an, um zu erinneren. Ich schaffe. Okay, toll, ich muss, ich muss, scheiße, 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 ich muss schwimmen. Oh Gott, oh Gott. Da ist Schwimmter, witzig. Bezüß, ja. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste und dann noch das Seil. So, das Zeug besser ich nicht wohin damit. Gut. Plastik brauche ich. Das brauche ich auch erstmal. Das ist keine Ahnung. Das ist aber kurz weg. Das ist wahrscheinlich für so komische Planken zu machen. Problem ist halt... ... ... Dann halt bitte. Dann halt bitte. Dann halt bitte. Okay, ich mache genau verkehrt rum. Das ist natürlich schlau. Okay. 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 Also ich den Bolzen habe ich doch selber gebastelt, ne? Dann dürfte ja beim erforschen, dürfte ja nichts besonderes bei rumkommen. Denke ich. Okay. Ah, Lager. Okay. Ist das Ding jetzt weg? Tatsächlich ist es weg. Okay. Ah, okay. Was ist das hier? Okay. 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 Jetzt. Jetzt habe ich das immer noch nichts anderes. Wieso R drehen? Wieso R drehen? Mir wurscht. Biff, 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 biff. Sammeln jetzt. Ja, vielleicht wenn ich sammle den letzten... Äh, was mache ich denn da wieder für den Mist? Jetzt sind wir auf dem Weg zu der Insel. Ist das nicht die, die über Hunger waren? He, he. He, he. Okay. ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was kann ich dann damit irgendwas anstellen? Nee, auch nicht. Ah, doch. Okay. Okay. Ach, geht doch. Okay. Fangnetz. Planke, Seil, Nägel. Wow. Haufe Seil braucht das. Ah, wirklich, Haufe Seil. Oh, mir durch, das ist schon Durst. Okay. 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 Okay, Palmblätter kriegt, ich schaue bestimmt von dem Ding. Okay. Aber ich habe auch noch hier welche drin, ne? Ja. Ja gut, ich kann es eigentlich alle an einer Stelle machen, ne? Ist ja Quatsch, wenn ich... Ich muss ja nicht unbedingt auf die Fresse fallen hier. Da werde ich garantiert mal reinfallen, so wie ich mich kenne. Okay. So. So. Gut. Ähm. Ankebeilchen bräuchte ich wahrscheinlich. Oh, da bräuchte ich Seil für. Seil, Bolzen, Schrott, Planke. Oh, ich hab hier noch. Ich hab hier noch. Gut. 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 Vielen Dank. Zwei Palmbäde, mehr nicht. Der ist aber nicht viel. Da schwimmt der Stinky. Ja, wie gesagt, ich hätte doch bei Easy bleiben sollen, bei Leicht, weil dann hätte ich ihn mit dem Köder ablenken können. Und so funzt er es halt jetzt nicht. Der schwind dann halt darum, wo ich bin. Und ich habe lasse Füße. Und das ist Miss P. Da ist ein bisschen Schrott. Wir sind ja Stinkbock. Malen. Wo ist denn der hin? An der dritten. Ja, toll. Super. 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 So, was haben wir da jetzt noch? Also das könnte ich auf jeden Fall. Da fehlt mir definitiv Seil. Und Bolzen hätte ich einen. Schrott hätte ich gerade nichts. Müsste ich ins Wasser. Wo ich da so wahnsinnig viel Bock drauf habe. Amatm nach. Also ist das nicht verstanden. Bist du zu dir, das ist sein, oder? Ja. Oh, ja. So. 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 Oh, ja. Vielen Dank. Okay. Seil brauche ich da immer noch. Nee, jede Menge. Moment, bevor ich jetzt da irgendwas tue. Der Haken ist wichtiger. Okay, mache ich schon einen normalen Haken. Ähm... Okay. Oh! Nur einen? Wie ist das denn? Ja, wie ist das denn passiert? Ich habe gedacht, ich hätte mehr. Gut, dann müssen wir losschippern. Dann müssen wir definitiv wieder losschippern. Den Anker müsste ich mir jetzt auch nochmal abmachen, bevor... Da fehlt Seil. Okay. 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 Dann müssen wir mal versuchen, das Ding hier in den Bitten zu drehen. Okay, hier ist ein Brett. Jetzt mal gucken, ob sich da überhaupt was verfängt. Nicht, dass ich da was Falsches gebaut habe. Das wäre doof. Aber nicht ungewöhnlich. Ich habe das, dass ich da was. Vielen Dank. 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 Yeah, 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 yeah. I'm sorry. 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 Da ist ein Bäumchen. 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 Aber da habe ich überhaupt... Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Da ist ein Bäumchen. 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 Oh Gott! Ja! Okay. 50 50 50 50 100 50 50 100 100 100 100 100 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wird angezogen. Das ist ja schön. Feldmeer. Geil. Ich brauche Blätter. Ich brauche definitiv Blätter. Ja, ich brauche. 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 Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Minecraft. Ja, ich brauche. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. 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 Amen. 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 Gut, schlucken wir mal irgendwas raus. Das raus, das raus, das sowieso, das gerade auch. Das raus, das raus. Das raus, das raus. Das raus, das raus. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir fehlt tatsächlich Stein. Könnte ich wahrscheinlich hier so irgendwo kriegen, oder? Wenn ich mich denn trauen würde, was ich nicht tue. Was ich nicht tue. Was ich nicht tue. Was ich nicht tue, 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 was ich nicht tue. Was ich tue, was ich tue, was ich tue. Was ich tue, was ich tue, was ich tue, was ich tue. Da, wo ich tue, was ich tue, was ich tue. Was ich tue, was ich tue, was ich tue, was ich tue, was ich tue. Achso, mir fehlen ja Steine. Mir fehlen ja Steine. Die kriege ich tue, ne? Die krieg ich wohl nur so durch Kisten, ne? Vielen Dank. 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 Oops. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Ah ja, witzig. So. Okay. What is this in the sack? Ah. 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 Jetzt Stein, da ist Schrott, Muschel, das könnten Steine sein. Wo ist denn der Sack? Ich hätte wirklich das mit dem Einfach sein lassen sollen. Dann hätte ich zwar den als potenziellen Gegner, aber mit dem Köder könnte ich ihn wenigstens weglocken. Andererseits würde ich mich wahrscheinlich dann gar nicht mehr ins Wasser trauen. Oh ja, tue ich ja sowieso noch nicht, von daher. Wie ist denn der Sack, Mensch? So kann ich nicht arbeiten! Oh, verflucht man mal Steine. Was ist der denn, Mensch? Oh Gott, wenn ich jetzt da reinhüpfe und der steht mir genau vor der Nase, da kriege ich wieder den Anfall. Okay, okay. Oh. Okay. Wenn ich nicht weiß, wo er ist, kriege ich die Krise. Könnte ich den Scheiß nicht einfach angeln? Oder ich hüpfe einfach rein, klopfe auf den Stein drauf und mache die Augen zu. Wenn dann der Haie an mir vorbeischwimmt, habe ich es nicht gesehen. Wäre doch auch eine Lösung, ne? Oder nicht? Verdammt. Verdammt. Gott, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein Stein. Das war ein Stein. Steine. Ach, wie kann man sich so über Steine freuen. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt wird es dunkel. Super. Ich könnte mir eigentlich ein Bett bauen, oder? 2. 2. 3. 5. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, das wäre schon geil. Ich glaube es noch nicht. Ich glaube, da ist er gerade. Ja, da ist er. Ja, gut doch. Nee, wenn es dunkel ist, mag ich das noch weniger tun. So, wie ist denn das Bettchen bauen? Jetzt brauche ich nicht in der Pfeilblätter. Hör, witzig. Gut, dann geht nicht. Scharnier. Ja, sowas muss ich finden. Meine Dekoscheiß halt. Eine Holzbahn, eine Wanne. Alles klar. Ich denke hätte, das bräuchte ich. Ach, Pfeilblätter, witzig. Nutrationsspruch, was? Ah, eine Malerei. Ablage. Eine Laterne. Ein Kamin. Alles klar. Ich dachte, ich hätte einen Stein frei gebaut, aber anscheinend doch nicht. Da bräuchte ich einen Bolzen, aber den Bolzen habe ich zum Forschen, glaube ich, verschwendet. Weil ich nicht wusste, dass ich das weggenommen bekomme. Tonschale. Eimer. Beim Melken. Was ist das hier? Große Anbaufläche. Okay. So, ich würde mal jetzt sagen, ich kann hier speichern. So, ich würde mal sehen. Im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020